Nein! Nicht die Yacht! Oh, die Yacht ist doch noch ganz okay. Besser als Hierford. Hierford ist auch besser. Nein, Yacht ist besser. Jetzt halt doch mal deinen Maul, ey. Das ist das Schlimme, dir. Hierford ist besser. Nein, nein, Yacht ist besser. Du legst zuerst auf. Nein, du legst zuerst. Kann ja nicht wenigstens Blitz spielen. Ich. Nein, nicht du. Ja, Montage. Ja. Ich weiß nicht, Montagne ist kein Operator, der mir Spaß macht, ehrlich gesagt. Och, weiß ich nicht. Ja, aber bei Bombe, wenn das richtig macht, ein bisschen Decken gibt und so, kann schon ganz gut sein. Das ist richtig, wenn man eine Ecke plantet, der stellt sich davor, wird es schon schwieriger. Wenn wir mal eine Grenze in Montagne gehabt hätten, der da abdeckt und einer durchs Fenster rein kann zum Planten oder so. Das wäre schon ziemlich cool geworden. Das stimmt. Aber mit Smoke ist natürlich schon fast so eine Universalwaffe gegen Montagne, ne? Ja, gut, aber Smoke ist ja nicht immer dabei. Und wenn, muss er für ihn auch noch eine Ladung übrig haben, ne? Hm. Ich kann es auch nur ganz oft machen, wenn er sich da hinstellt und er smoked, dann geht er halt raus, fahrt er ab, geht wieder rein. Und das ja, aber kostet natürlich viel Zeit, ne? Ja, aber jetzt hat man ja schnell da ist, und so. Aber Montagne ist per se auch nicht das Riesenproblem. Eure Drohne hat eine Bombe gefunden. Ach, da unten. Ja. Ist das der Maschinenraum, oder was ist das? Ja, ne, nicht ganz so. Mit drin. Drohne hat eine Bombe... Ja, Maschinenraum und, äh, Julian Bam und... Einen Platz in 10 Sekunden. Noch 5 Sekunden. Wurde das Match entfernt. Entschärfer wurde zurückgeholt. Und zur Bombe vor und entschärft ziehen. Lade nach! Vielleicht hat er den falschen Operator gewählt, oder falsche Wand verstärkt, oder was der Geier. Deswegen heutzutage die Leute da... Kick-Rots machen. Oh, noch einer weg. Verlassen. Wir müssen einen guten Tag noch hören, ne? Ja. ... ... Wir müssen uns vorsichtig vorwärts bewegen. Äh, Echo-Drohne hab ich. Echo ist im Raum rechts von dir, wenn du sozusagen die Treppe runter rechts direkt rein, da ist Echo drin. Mark, du hast aber auch echt ein Talent. Wieso? Achso. Ich stehe schon die ganze Zeit in Aim-Up, plötzlich sehe ich nur noch Max hinterkommen. Weiß ich nicht, hab die nicht gesehen da hinten. Nein. Ja, fuck, die hab ich gleich gesehen, scheiß Fallelei. Scheiß aber noch einer. Ah, ein Verbleibungsoperator vom eigenen Trupp. Das wird doch die Wand zu einer Bombe auf Fusen sein, hier auf, äh, Sormelton. Scheiße. Sau dumm. Ich dachte erst dann gibt's die nächste Frostfallerin, die da lag. Eigener Druck getötet. Alter, ey. Was hab ich? Na klar. Pfff. Klar. Nichts leichter als das. Hm. Da will ich mal meine mächtigen Cavera-Skills rausholen, hier. Mal sehen. Der Bereich sichern. Die Bomben weiterschützen. Gleiches, selbe Stelle, selbe Welle. Das war eigentlich schade, der andere fliegt eigentlich nicht sehr ganz gut. Mhm. Es bleiben fünf Sekunden. Borde vom Liegen entdeckt. Fühle envidia. Mhm. Bordeaux. Schießt du, Gunnar? Ja. Wo ist denn da einer? Die sind da hinten durchgekommen, aber die sind wahrscheinlich wieder zurückgegangen, weil ich jetzt auf sie gefeuert hab. Ich hab sie getroffen ein bisschen. Das ist einer drin. Geh ich sicher die Treppe. Sehr geil. Sauber. Hier drüben. Ist nicht da. Wenn du in den kleinen Gang wieder gehst, da ist ein Fenster, da kannst du den Gang zu anderen für sichern. Interrogation. Ein Gegner verbleibt, ein Gegner eliminiert. Vorwärts, vorwärts. Ne, da kannst du ja keine Rücksicht drauf nehmen, nur weil ich gerade eine Interrogation dran bin. Im schlimmsten letzten halt erschossen und danach hätte ich den Kill gemacht. Was war der Geist? Ach ne, stimmt gar nicht, weil ich den down geschossen habe. Wenn es der letzte ist und der ist deiner auch. Ja gut, aber ich habe einen down geschossen. Das ist sowieso egal, ob wir gewinnen, ey. Naja, man muss jetzt Steal gewinnen oder gar nicht. Komm, in den kleinen Räumen beim Engine rum, ja genau. Ja, ganz ruhig mal so. Wurde dann verteidigt haben. Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Ja, Visual ist gerade von mir aufgetaucht. Sieht schon irgendwie Steak aus, ne, wenn der so auftaucht oder verschwindet. Du denkst dir jetzt gerade das Rendement taucht auf oder so. Ja. Entschärfung wurde erneut gesichert. Bombe gefunden. Gelangt zu ihrer Position und entschärft sie. Das ist die Frage. Wir können eigentlich theoretisch einmal rum, ne? Kann der Marketer bestimmt mal brechen, kill holen sich keins. Kamera hole ich mal weg. Dankeschön. Bitteschön. Ich drohe noch mal rein. Lass mal. Ja, ich komm hier an dem volles Posten vorbei. So jetzt mal. Drohne aktiviert. Also hier ist im Großen Engine rum, um erstmal keiner zu sein. Oben ist einer, wo wir waren. Okay, oben ist dann einer die Trippot. Okay. Alles klar, oben oben Pingmark ist einer. Also hier sind die Trippot. Okay. Oh boy. vasse. Ich bin mamae. Oh, ja. Das ist richtig. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Oh, ja. Oh, ja. Eine CD. Ich bin Mama. 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 oben war einer draußen der muss jetzt wahrscheinlich auch über die treppe kommen der hat oben die luke aufgemacht oder geht hinten rum zurück links im anderen raum wenn du durch das loch gehst wo du sein ist dann gerade nach links genau da ist die war offen über den flur ein scharfer ist jetzt im loch rechts schade ich habe oben gedroht bevor ich zu der tür rein wollte ich hätte einfach direkt zur tür gehen sein oder kam der raus hat sich gerade in der drohne war bescheuert die bomben sichern ich habe eine bombe lokalisiert verteidigung entsprechend planen kassler gehen wir noch einer durch die schussbahn oder ich muss mal durch die gegner haben meine bombe kapiert das sind die umlauffähige die sehr easy sind die kommen wieder von hinten das mögen sie wohl ganz gerne was verstärkungen werden angebracht Feindliche Drohne zum Scannen unterwegs. Der trifft mir jetzt hart. Nicht so hart, wie der gerade getroffen wurde. Ach guck mal, da ist Lion schon mal weg, das ist ja angenehm. Mhm. Marc, der Gegner müsste auf deiner Höhe sein. Zwei kommen von hinten, ne? Ja, jetzt kommt er auch. Ich versuche die hinten zum Laufen. Ah, ich hab auch mein Geficht. Wechsel das Magazin. Der Fuse ist beim PING. Der Fuse auf PING. Der Fuse auf PING. ich hätte doch eine interrogation machen können schade das weiß man ja nie wenn auch vier leute leben ich verteidige den diffusor so lange ich kann die 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 Sie hat Missionserfolg für eigene Trommel. Der liegt doch auf der Kiste. Na? Oh geil, nochmal verteidigen. Das ist doch, glaube ich, unsere einzige Chance. Kann das vielleicht sein, dass man in der letzten Runde das spielt, was man am meisten gewonnen hat? Ja, aber wer? Ja eben, das wäre jetzt... Ich verstehe das wirklich nicht. Oder die, die das 2-2 geschafft haben, kriegen das gleiche nochmal oder so? Oder ich weiß es nicht. Jetzt habe ich auch gedacht, dass die irgendwie nachlegen müssen oder so, aber das ist auch nicht immer. Das ist die, die ausgeglichen haben, weil wir haben jetzt ausgeglichen und wir haben verteidigt. Dann kriegen wir es nochmal. Das ist so nach dem Motto, die hat es damit geschafft, dann können wir nochmal versuchen. Wer weiß, ich denke, das ist einfach Zufall und wir interpretieren da viel zu viel rein. Nein! Der Jäger macht doch schon. Der Jäger macht hier zu. Wand verstärkt! Die Gegner haben eine Bombe entdeckt. Zum Angriff bereit machen. Ich glaube nicht, dass das so gut ist. Die Wand ist verstärkt! Nachladevorgang! Es bleiben noch 10. Ah, hätte ich alles zugemacht. Nee, die anderen Wände. Aber doch, die anderen Wände gehen in den kleinen Raum, glaube ich. Stößender bereit! Kannst du die aufmachen? Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Welche? Nee, der Igel. Granade. So. Ja, ich habe noch welche. Oh, ne! Wand verstärkungen werden angebracht! Von Osten ist gerade einer gekommen. Ich habe aber nur einen gesehen. Ah doch, da kommen sie von Osten. Die machen hier oben, machen die auch. Wechsel das Magazin! Die Wechsel sind zu direkt in der Top-Tür. Magazin wechsel! Hui, es war knapp. Wechsel einer den Gang rein. Die hinten bei mir ist irgendein Schild hier am Fenster. Die hinten bei mir ist er. Ich habe also einen Schild. Die hinten von einem Schild. Geh drehen wir noch nicht. Von Stein. Wie gehört das und aus dem Schild. Also eine Schild. Ich habe mich, von denen zu schild. Und das darf ich mit dem Schild. Und jetzt captain, wo wir sind hier. Und hier wurde noch ein Schild. Nein, nein, nicht Jackal. Hier bei mir kommen welche. Ah, shit. Ja, klar. Deckel natürlich, der hat mich schon da gekriegt. Sehr geil. Penner. Ich habe immer noch 100 HP. Hast du eine andere Waffe als uns? Ja. Ich habe die geswitcht, weil die mehr Schaden macht. Ich habe zwar ein kleineres Magazin, eine etwas kleinere Schussfrequenz, aber deutlich mehr Schaden. Mal gucken. Ist hier alles zugesmogt bei mir noch, oder? Ich kann nicht sehen. Da ist eine Kamera über der Treppe, ich sehe die irgendwie. Kannst du in die rein? Warte mal. Sie hackt die Kameras. Ich komme in keiner rein, die da irgendwie da hinten sind. Ich habe meine zerschossen gerade, weil ich die nicht sieht. Mute geht. Bloß den Millimeter nach links, um Deckung zu sein. Mission gefährdet. Bombenentschärfungsgerät wurde platziert. Ich habe direkt unter den Jaguar. Ich habe direkt unter den Jaguar. Ich habe direkt unter den Jaguar. Letzter verbleibender Gegner. Mein Kämpfer mit Eingriff. Das ist verbleibender. Schaffst du noch, schaffst du noch. So geht das. Ich glaube, ich habe geäst, könnte es sein. Ich habe oben zwei weggeholt. Dann zwei unten und den. Wenn der, ich meine, der zweite, den ich durch die Luft stehe, Luca erschossen habe, wenn ich den gekriegt habe, dann hatte ich einen Ace. Weil der andere ist ja auch mit der Pistole zu dem hingerannt. Und ich weiß nicht, wer genau ihn gefinisht hat. Ich glaube, der war schon tot. Ich glaube, du also. Aber wenn ich den gekriegt habe, was ich Ace. Wenn der andere den gekriegt hat, dann nicht. Muss ich mir lieber angucken. Acen wir uns jetzt hier um die Wette, oder was ist jetzt los? Ich muss immer einen mehr haben als du. Hast du doch sowieso. Du wirst zwei mehr als ich, oder? Nee, wenn das jetzt einer war, war es mein dritter. Ja, und ich habe erst einen, ey. Ist ja gut, und den einen, also du hast zwei, den neulich und den, den du vorher schon mal hattest irgendwann. Ja, aber der war ja leider nicht auf Video. Gerade. Ja, aber ich habe ja gesehen, dummerweise. Deswegen kann ich ihn nicht leugnen. Verdammt. Ha, ha, ha. Nope. Wu anche aus.